Eigentlich sollte es in der Sitzung am Donnerstag um die Zukunftspläne des ORF-Generaldirektors Roland Weismann gehen. Doch das könnte zur Nebensache werden. Denn vor dem Start der Sitzung zeigten sich mehrere Stiftungsräte irritiert davon, dass sie von den Ergebnissen der Evaluierungskommission in der Causa Ziegler aus den Medien erfahren mussten. Im Bericht werden die Vorwürfe, Niederösterreichs Landesdirektor Robert Ziegler habe Einflussnahme der ÖVP zugelassen und Redakteure schlecht behandelt, bestätigt. Rund 50 ORF-Mitarbeiter waren dazu befragt worden. Der ORF hatte den Bericht nicht selbst veröffentlicht oder das oberste Gremium darüber informiert. Ich fordere die sofortige Entlassung von Robert Ziegler, polterte FPÖ-Stiftungsrat Peter Westenthaler. Schließlich arbeitet Ziegler weiterhin bei hohem Gehalt im ORF. Schon 20 Minuten nach Starter-Sitzung kam es zu einer Unterbrechung, nachdem Westenthaler die Vorlegung des gesamten Berichtes an den Stiftungsrat gefordert hatte. Der Bericht wurde schließlich ausgehändigt und eine Lesepause für die Stiftungsräte eingerichtet, damit sie sich über die Details informieren können. Auch SPÖ-Stiftungsrat Heinz Lederer forderte von Generaldirektor Roland Weissmann Aufklärung in dieser Causa prima. Eine Entlassungsforderung gab es von ihm aber nicht. Doch was war Robert Ziegler genau vorgeworfen worden? Wiederholte mangelnde professionelle Distanz zu ÖVP-Politikern, wie auch die Herabsetzung, Demütigung und Bloßstellung von Redakteuren und Redakteurinnen. Ziegler soll auf Interventionsversuche der ÖVP kritische Berichte nicht gebracht oder ÖVP-freundliche Artikel forciert haben. Die Vorwürfe führten zu einem Rückzug als Landesdirektor und zu einem Wechsel in eine andere Abteilung. Es wurde eine Evaluierungskommission eingesetzt, deren Ergebnisse nun erst verspätet bekannt geworden sind. Zuerst hat der Dossier darüber berichtet.